Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar wurde ja 2016 auf meinem alten Kanal, genauer gesagt im August, mein erstes Video hochgeladen. Nämlich das 20 Facts About Me Video, das wahrscheinlich so ziemlich alle kennen, die jetzt dieses Video sehen. Wie manche sagen würden, ein Legenden Video. Wie andere sagen würden, Cringe. Auf jeden Fall dachte ich, eine Anlehnung da dran, erzähle ich mal wieder 20 neue Fakten über mich und anschließend reagieren wir auf meine alte Reaktion auf das Video. Dann würde ich sagen, starten wir. Ich weiß, das ist nicht so ein aufwendiges Video. Ich gebe mir trotzdem Mühe im Schnitt, aber ich habe noch ein paar aufwendige Dinge für meine Ferien geplant. Fakt Nummer 1. Ich bin 1,80 Meter und wiege 59 Kilo. Während der RS und der Unteroffiziersschule war ich mehr Zeit lang erkältet, als ich gesund war. Meine momentane Tätigkeit ist Wachtmeister als Mattschiff. Während meinen Ferien mache ich durchschnittlich 4 Stunden Sport pro Woche. Bist du wahnsinnig? An Liegestützen schaffe ich... Ich will Liegestützen schaffe ich eigentlich. La langue, je parle le mieux, c'est le Francais, but I speak English tour et un peu d'Italien. Ich mag lieber Sommer als Winter. Ich war 2021 das allererste Mal schwimmen im Dezember in Gran Canaria. Im Ruhenverhalten sehe ich mich zwischen Beta und Gamma. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, dann bringe ich die auch hervor. Aber ich bin nicht so die Führungsperson. Mit Clubs kann ich gar nichts anfangen, aber auf Homepartys bin ich ab und zu mal zu sehen. Meine Favoriten Musikgenres sind Deutschrap, Smithwave und Oldschool Trends. Meine Lieblings-Battle-Runde jemals war Weekend vs. Battleboy Bust, die Rückrunde im VBT. Mein Lieblingsfilm ist Tenet und meine Top 3 Spielgenres sind Open World, z.B. Entropia Universe, MMOBA, das heißt LOL oder FPS Games wie Apex. Mein Lieblingssender ist D-Max und meine Lieblingsserie dort Goldrausch, Whitewater, Alaska. Mein Schnittprogramm ist Hitfilmexpress. Dann wie man sieht, war ich erst gerade beim Friseur, aber kleiner Funfact, ich gehe nur ca. alle 6 Monate zum Friseur, weil meine Haare so langsam wachsen. Ich kenne einige Leute, die Covid hatten, aber ich glücklicherweise hatte es noch nie. Eine meiner größten Passionen und auch Freizeitbeschäftigung ist Nachhilfe zu geben. Und ich kann Marima und Schlagzeug spielen. Und zwar würde ich sagen, switchen wir jetzt einmal rüber zu meiner Reaktion aus 2018 auf mein Video aus 2016. Wollen wir uns wirklich antun? Okay. Vergleich mal das mit meiner jetzigen Facecam, holy shit, let's go. Ja Leute, was geht ab und willkommen zu meinem allerersten Reaktion Video auf diesem Kanal. Zu meinem allerersten Video auf diesem Kanal. Willkommen zum zweiten Reaktion Video. Ah Mist, ich habe ja einen neuen Kanal. Willkommen zum ersten Reaktion Video auf diesem Kanal. Zwei ist das das sogenannte 20 Facts About Me Video. Dass ihr hier wunderschön eingeblendet seht. Perfekt, jetzt kann ich perfekt vergleichen. 2016, 2018, 2021. Ja, da hat sich was verändert. Und zwar, dieses wurde am 9.9.2016 hochgeladen. Hat mittlerweile fast an die 500 Aufrufe. 862 Aufrufe. What? Das ist tatsächlich mein Aufrufe stärkstes Video. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Danke. Ihr seht, ich mag das Video auch, denn ich habe es selber geliked. Ja, ich habe schon mehrere Male versucht, dieses Video aufzunehmen. Habe es allerdings jedes Mal nicht geschafft. Ich bin hochmotiviert nach dem 20. Versuch. Deshalb würde ich sagen, wir starten einfach. Wow, krasser Übergang. Hey, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem ersten Video auf diesem Kanal. Ich weiß halt noch, ich habe das mit OBS auf meinem Macbook aufgenommen, deshalb leckt das so schlimm. Das ist wirklich eine Katastrophe. Mein Macbook hat gefühlt, anfängt zu rauben. Und das wird ein 20 Facts About Me Video werden. Der fragt ihr also 20 Fakten über mich. Am Schluss wird dann auch nochmal eingeblendet, wo überall ihr mir folgt. Oh, der Rap Beat. Auf Snapchat. 2016 schon den Tränk gesetzt mit Rap Beat. Hier wende ich ja noch, dass ihr mir auf Tumblr folgen könnt. Oder wie der Scheiß auch überhaupt gesprochen wird. Und zwar ist das so, ich habe... Das sieht mir richtig an, wie Triggert ich war, weil es einfach wirklich gefühlt der 20. Versuch war. Oh! Ach, schade. Da einige negative Stories über Tumblr gehört und habe mich deshalb entschieden, keine weiteren Fotos mehr hochzuladen. Also, ihr könnt dort immer noch Fotos anschauen, aber es wird nichts mehr Neues kommen. Dann wünsche ich euch viel Vergnügen mit dem Video. Ich euch auch. Fakten Nummer eins, ich heiße bürgerlich Luca Malisan. Ja, also erstaunlicherweise auch fünf Jahre später, ist das noch korrekt? Nummer zwei, ich bin Vegetarier. Immer noch? Tatsächlich, damals war ich es seit zwei Monaten. Mittlerweile bin ich seit über zwei Jahren Vegetarier. Und ich muss zugeben, Fleisch vermisse ich eigentlich kein einziges Mal. Fisch und Meeresfrüchte auch nicht. Ich kann ja mal noch ein separates Video quasi darüber machen, weshalb ich Vegetarier bin. Gebt einfach mal ein Like, wenn ich das machen soll. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Und Seth ist die nächste Cringe-Reaction gegeben. Hey, hallo, ich bin Vegetarier. Mein Lieblingsessen ist ein Quinoa-Bürger. Es heißt Quinoa, aber YOLO. Fakten Nummer vier, ich habe am 13. Oktober Geburtstag. Fakten Nummer fünf, meine Lieblingsfarbe ist Orange. Immer noch? Fakten Nummer sechs, ich war vor schon unter vier anderen Namen bekannt, habe aber jedes Mal ziemlich abgefehlt. Dann wären es jetzt fünf. Ich bin ein Rap-Fanatiker, zu meinen Lieblingsrappern gehören Gio, AT Entertainment, Neo, Perplex, 23 und die Mason Family und Bortis. Alles Rapper, die halt fünf Jahre später gefühlt immer noch niemanden kennt. Traurig. Das trägt jetzt nicht wahnsinnig viel zur eigentlichsten Sache bei, aber trotzdem, mein Musikgeschmack hat sich sehr, sehr verändert. Damals war ich so voll auf dem Joppe-B-Hype drauf. Mittlerweile orientiere ich mich mehr so Richtung 187 Straßenbande. 187 Straßenbande. 187 Straßenbande. Ich finde das Joppe-B einfach seit 2018 nicht mehr wirklich interessant. Meine Lieblingsfette-Runde Joppe-B 2015 im Mini-Joppe-B war von Perplex 23, die gegen Fortis. Tatsächlich ist meine aktuelle Lieblingsrunde aus dem Joppe-B 2018 immer noch Teilmatic vs. Pac Pacino. Check das ab. Neuntens. Ich spiele in meiner Freizeit sehr gerne Schlagzeug und mache Judo. Judo habe ich seit über einem Jahr schon aufgehört, seit Anfang der Kanti und Schlagzeug spiele ich auch nicht mehr so häufig einmal in der Woche in einer Band. Dafür nehme ich jetzt instrumental und richtig Marimba. Ja, habe ich ja vorher auch gesagt. Ich wollte eigentlich keine doppelten Facts reinnehmen, aber ich habe voll vergessen, als ich 2018 ja schon auf der Kanti war von dem her. Naja. Ich glaube auch, das ist der Punkt, der sich am meisten gewendet hat. Also tatsächlich fühle ich mich langsam so bei den anderen integriert. Shoutouts an die 2MZ, schreibt mal unten in die Kommentare, falls es nicht so ist. Aber ja. Shoutouts an meine RS und Shoutouts an meine UOS. Und auch an die kommende RS natürlich. An die Rekruten, wenn ihr das seht, ihr wisst, wem zu gehorchen ist. Also dieser Punkt ist auf keinen Fall mehr aktuell. Ich wurde auch des Öfteren darauf angesprochen. Deshalb habe ich schließlich mich auch entschieden, dieses Video hier zu machen. Und um natürlich Klicks abzugreifen, ihr kennt mich. Oh Gott, diese strottige Animation. Fakt Nummer 11. Mein Lieblingsfach ist Algebra. Fakt Nummer 12. Ich habe unter anderem Namen schon... Ja, Algebra, ja ist okay, aber Informatik würde ich eher als mein aktuelles Lieblingsfach betiteln. Drei Wetteturnieren teilgenommen. Fakt Nummer 13. Ich bin erst einmal in meinem Leben eine Bahn gefahren. Und mittlerweile sind es locker schon an die 600 oder 700 Mal. Denn ich muss ja jeden Tag mit der Bahn zur Kante und wieder zurück. Zum Teil auch vier Mal hin und zurück, wenn ich irgendwas vergessen habe, was leider keine Seltenheit ist. Fakt Nummer 14. Ich besuche die zweite Sekundarschule in Eschenz. Und mittlerweile bin ich in der zweiten Klasse der Kantonsschule. Und mittlerweile komme ich in meine zweite RS des Schweizer Militärs. Und bin ziemlich gut in der Schule. Muss gesagt werden. Ja. Fakt Nummer 15. Ich habe noch keinen Plan, was ich später werden will. Entweder Interactive Media Designer, Journalist, Laborant, Informatiker, Mediamatiker. Pro-Laborant. Spätestens auf der Kante habe ich gemerkt, dass Chemie so gar nicht meins ist. Gott, Laborant. Mittlerweile weiß ich ziemlich genau, was ich werden will. Aber das wird ein sehr umständlicher Weg. Und zwar, ich will IT-Penetration-Tester werden. Ja, wollte ich relativ lange Zeit, aber es gibt leider noch immer zu wenige Arbeitsplätze dafür. Also, wenn alles gut kommt, gehe ich in die Richtung IT-Sicherheit. Oder sonst hat IT-Programmierung im Allgemeinen, also Web-Engineer. Das muss ich noch genau schauen. Könnt ihr googeln, wenn ihr keine Hobbys habt. Fakt Nummer 16. In meiner Freizeit schneide ich auch sehr gerne Videos zusammen. Fakt Nummer 17. Meine Lieblings-Youtuber sind die Grischi Studios. Ja, also das ist auf jeden Fall überhaupt nicht mehr aktuell. Mein momentaner Lieblings-Youtuber ist auf jeden Fall Red Sama und natürlich Leo Machère. Ja, seinem Desto mag ich es auch sehr gerne. Tatsächlich finde ich langsam, ich bin etwas zu alt für die Grischi Studios. Schaue ich zwar auch noch ab und zu, aber ich schaue eigentlich jetzt mehr so YTT und Ape Crime. Ja, ist schon eher akzeptabel. Nummer 18, ich bin Schweizer. Fakt Nummer 19, ich bin 13 Jahre alt. 13 Jahre. Das ist wirklich sechs Jahre her, wie die Zeit vergeht. Und ich werde im Oktober 2018, nämlich am 13. Oktober, werde ich 16. Ja, ich wurde am, ich wurde im Oktober 2021 noch winz sehen. Ich besitze ein Xbox 360 und mein Lieblingsspiel da drauf ist. Aber wie hätte man es auch anders erwarten können? Tatsächlich ist mein aktuelles Lieblingsspiel Fortnite, wie hätte man es auch anders? Wie oft will ich heute eigentlich noch verzweifeln, wirklich? Gut, ich muss zugeben, ich spiele es schon noch ab und zu, aber mein Lieblingsspiel, oh nein. Mein Lieblingsspiel bleibt League of Legends. Was erwarten können. Ja, und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ja, und das interessiert jetzt keinen mehr. Dann hoffe ich, euch hat dieses Reaction-Video gefallen und... Und das interessiert jetzt keinen mehr. Gebt ein Like für den Joke. Dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen und bis zu einem nächsten Video oder Livestream. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und bis zu einem nächsten Video gefallen.